Falls es nicht lecken, wie wir auch immer verzügen. Ja, gut, Tessi. Schulzeichen nach außen, Schulzeichen nach außen, Schulzeichen nach außen. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du dich gerade ausschreitest. Ja, Tessi, richtig. Angaloppieren. Hm, was ist das? Ja, viel besser. Da ist kein Grund, da ist es nicht mehr so, dass du in Hilfe musst, in den Verlangen kommen. Ein Händebein schenken. Jetzt hier das Gleiche, nicht Schulzeichen nach außen, richtig. Hände auseinander, Hände auseinander, yeah, gut. Ja, komm, garantieren, garantieren, richtig. Immer noch das Gleiche, Schulzeichen nach außen, richtig. Siehst du, glaube ich, ihr Pferd, ne? Wir sind jetzt an der Seite, Faktor, jetzt wieder rum, um ihr innerer Schick, yeah. Tessi, gibt noch, gibt noch, ja, gut, super, gut, durchsparieren. Ja, und sofort in diese Form, legt die Händebeine raus, parieren, liegt schon da rein, merkst du das? Wieder angaloppieren. Gut, ja. Abfangen in diese Verwerbung, nach durchsparieren, ja. Auch wenn es nur zum Trapp ist. Richtig. Wenn es passt, dann wieder durchparieren, dann abfangen, liegt, folgieren jetzt wieder, ja, gut so, richtig. Gut so, prima. Dann denkst du, wenn du jetzt wieder durchparierst, langsam, trapp, dass du Kontrolle bekommst, dass du in diese Form kommst. Richtig. Besser vorne. Besser. 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 Nehmt ihr Zeit. Und es ist wichtig, dass du in die Nase nach dem Rad kommst. Und dass du nämlich folgierst. Lass es nicht eine halbe runde Raupe. Ja. Keine Ecke rein. Keine Ecke rein. Ja. Und lass los. Ja. Ja, ja, ja. Alles klar. Hände unten. Nicht so hoch mit den Händen. Richtig. Ja. Folgier jetzt. Nicht den Schuh da rein. Nicht den Schuh da rein. Ja. Ja. Richtig. Lob ihn mal innen. Gut. Ja, ja. Gut. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass du da rein. Aber nicht umlaufen lassen. Lass die Schuh da rein. Und Larm und Zeit im Körper. Ja. Das ist gut. Richtig. 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 Lass hier. Er wird ganz anders im Hals. Und. Richtig. Ja. Das ist gut. Gut. Gehen. Nehmen und Gehen. Ja. Lass mal einen Arm garantieren. Gut. So. Jetzt das Gleiche hier. Händebeine rein. Schultern in die Ecke rein. Bisschen mehr Ganache zumachen. Nehmen und Gehen hin. Ja. Richtig. Schultern nach außen. Besser. Besser. Ja. Richtig. Gut. Richtig. Hände aus der anderen. Gut. Prima. Jetzt probierst du wieder. Krustkorrieren. Dann gehts um den Fußkorrieren. Und sofort abwannen sie in diese Form. Es ist gut, dass du das vor eine Ecke lachst. Weil du dann sagst, okay. Gehen in die Ecke rein. Dann bekommst du die Schultern. Das war sehr gut gelingen. Richtig. Na. Dann hast du ihn auch so gut wieder. Herz los. Richtig. Was? Richtig. Das ist okay. Karier ihn, wenn er unter dir wegläuft. Abfache einen Travers. Und nicht hinterher raus. Nicht hinterher raus. Yeah. Gut. So schwingt er. Man fragt die Hinterbeine unter dem Schwerpunkt. Und passt wieder an. Angaben. Ja, gut. Zähl sie. Lasst es an. Angaben. Richtig. Stimmt. Gernatische zu machen. Neben und gegen links. Ja. Super. Gut. Im Hals. Stimmt. Und hinterbein. Was sagst du? Ich bin schnell. Nein. 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 Das ist ein Wort. Kommt. Da ist alles von der Lassier. Ja. Darf er nicht unter dir wegläuft. Ja. Kommt und nachgehen. Nehmt rechte Hand an linken Seite. So. Ja, alles gut. Ja, ich habe ein bisschen ein bisschen unsicher und dann würde er uns wieder auf. Das ist alles gut. Gut, so. Los, passt. Dann machst du mir den Durchfahrer immer. Achtfahren im Travers. Achtfahren im Travers. Folgt ihr ihn und loslassen. Folgt ihr ihn und loslassen. Er darf nicht glauben, dass es gut ist, wie du das machst. Richtig. Ja? So wie, dann ein bisschen mehr nach innen. Denk direkt in den Bein, den Bein. Oh, das ist ja alleine. Wenn du auch innen festhängst und er nicht ärgerlich ist worden, will er auch zu meinem sagen, ich will nicht mehr innen stellen, aber ich will nicht mehr schreiten im Körper, sonst will ich gerne immer bei dir da aufschreiten. Aber kommt die Schultern auf? Ja, ja, lass loslegen. Ja, gut. Richtig, richtig. Du merkst, wie er weicher wird, Nimm dich besser mit, statt so hektisch zu werden. Jetzt kannst du, wenn er in diese Form ist, kannst du ein bisschen mehr Gas geben. Jetzt steht er riesig ehrlich über den Rücken. Man kann das in seinem Arm zeigen. Aber er ist nicht ehrlich über den Rücken. Der soll aufgehen, aber nicht die Schulter rein. Nicht die Schulter rein. Richtig. Gut so. Weil das andere ist nicht korrekt. Du kannst vorwärts halten. Aber er hängt so im Widerriss und ist fest im Rücken. Richtig. Jetzt schwingt er hinter dem Sattel. Richtig. Kann weg. Der Hinn. Der Hinn. Ja. Gut. Richtig. Mach dein Hinnenzellung. Mach mal. Wo wendet man ab? Mach mal. Das ist richtig. Richtig. Merkst du, wie du schön schwingst jetzt? Das war ja gut, dass du im Körper bist. Jetzt bist du meinig. Durchlässig. Richtig. Hände runter. Hände runter. Abfangen. Händen, chuyzen. Abfangen jetzt schon her. Wo gehen die Schulter hin? Ja? Hände runter. Hände runter. Genau. Börs, Hände runter. Hände runter. Gut. Ja, es hat richtig, richtig gut jetzt, Tessi. Zwischendurch kommen schon gute Schritte. Richtig. Hände auseinander. Interver. 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 Ja, nicht. Interver. Ja, was los? Ja, gut. Richtig. Ja, richtig. Prima. Gut. Ganz, ganz große Klasse. Merkst du, wie es ein Trab anders war jetzt im Schluss?